Da unten ist ein Flugzeug. Wo? Unter uns, bei Loot Lake. 29er hätte ich genau unter uns waren. Da ist jetzt einer drinnen. Hinter uns jetzt, Jonas. Hier vorne. Lass die holen. Hier vorne. Lass die holen. Geht rein. Einer noch. Ich bin von der vorne. Komm, 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 komm. Geh mich, geh mich, geh mich. Scheiße, spawn. Ah, die Pusse. Was? Wie schnell zündet das? Aha. Hinter uns. Nee. Was? Hat ne 150er. Geine. Hinter uns. Oh. Lost, oder? Alleine, Digga, wie lost. Äh, ja. Lost wäre er denn, Digga. Kommt einfach alleine hierher. Na? Ja. Ja, das ist denn mein Loot Drop. Ja. Egal, was rauskommt. Ne Muni Gun. Ne Muni Gun. Ne Muni Gun. Ne Muni Gun. Kamerander. Aha. Ehre. Hä? Moin. Ah, jetzt. Moin. Ja. War so klar, dass wir in der Müni. Er hat schon drei Medi Kills. Eigentlich wollte ich auch Stein bauen, aber ist jetzt auch egal. Hier vorne, mir läuft einer. Einer. No skill, Digga. Ich geh mal hier so oben drauf bei dir. Geht der so ab? Glaub ich zur Hütte. Wollen wir den jump paden? Da hinten läuft der. Ja, okay. Ja, okay. Dann lass. Komm. Da ist er. Der ist hier vorne am Bord. Oh mein Gott. Bester Fall. Komm, der ist der Fall. Oh ne, hier rechts ist eines. Hier rechts ist Fall. Der mischt sich da ein. Der ist da auch. Hier schießt die drauf. Pass auf Jonas. Der ist low. No. Er ist so du hast. Ja, top 5. Der hat den losgehen. Top 5. Der ist jetzt da oben bei ihnen. Ja. Da unten noch vom Berg, Digga. Das unten. Der ist mega oneshot, Digga. Das ist mega One shot, Digga. Warte ich. Hinter uns, dem Gegner. Hinter uns, dem Gegner. Offen, 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 Adis komplett offene. einbauen jonas können die mädchen sind die da sind zwei davon ich sehe ein hatte das habe ihn knockt finde ich hier unten habe ihn beide tot 1 gegen 2 gegen 2 jonas die sind hier vorne wenn er macht die sind da irgendwo wo denn da vorne oh mein gott der ist minus 70 60 da oben jonas pass auf ja warte mal schau mal hier ab da unten verballer nicht aber deine ganzen rockets ich habe noch drei ja verballer die jetzt nicht wir haben rift ja wir können werden ich habe noch zwei er wäre zwei hits nicht so lange und wir würden richtung so nicht andere rennt hier vor lassen gehen mein gott bei einer luft kann wir treffen der andere slow ja genau schön nein 11 punkte digger halt's maul geil digger wieviel hast du vier ich habe sieg digger geil elf punkte wir können wir können rasiert junge ja keine gegner mit denen aber dafür landen lucky welche ich lande unten lass mal die lucky jetzt vorstehen oder warum ist hier irgendwo ne pambo oben liegt oh mein gott hier diggerlich ne pambo okay wir haben ihn jetzt gegeben haben die dick gesniped nein mit ak da hinten noch was der einer hat 105 war einer nockt da unten jetzt noch am hausland ich hab den gefinisht digger wo bin ich denn jetzt schön top 5 jetzt erst top 5 jetzt erst top 5 digger ich schieße schön zu denen einer ist geriftet hier unten bei uns ist einer glaub ich ja da unten bei mir ist noch ein jump head jonas 43er head unten lost könnte ich mir vorrücken richtig gut jonas bei mir ist jump head ich habe jetzt nichts mehr zum bauen komm 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 wo ist jump head hier bei mir jetzt noch nicht das ist oder jetzt hier oben hoch hier oben zum berg äh bei mir hier ich habe gar nichts mehr ich habe gar nichts mehr ich habe gar nichts mehr reich bin tot komm 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 du dolce holz du noch du ich glaube an dich Lukas da lag mir die Kits ich glaub's nicht hab einen einer noch wo ist der? da hinten oder hast wieder gut leben komm Lukas nein warte ich sag mal ja jetzt an der Seifern JA! 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 GEIL